Musik Bei jeder Wanderung geht es mehr oder weniger aufwärts. Der Höhepunkt ist aber immer ein Picknick. Guten Abend miteinander. Ja, und ideal zum Mitnehmen, vor allem völlig unkompliziert für ein Picknick, sind die Rohwürste, wie die Landjäger, der Salzitz oder etwas Besonderes Gutes, der feine Cobbsalami Tipo Milano oder der kraftvolle Cobbsalami Nostrano. Für diejenigen, die gerne unterwegs grillieren, hat der Cobb-Metzg eine grosse Auswahl an geeigneten Brühwürste bereit. Probieren Sie doch einmal den originellen Grillschnecke, wie zu einer rassigen Marinade, oder das glatte Angebot mit fünf verschiedenen Grillwürsten in einem Päckchen. Auch die unter Ihnen, die beim Essen auf Kalorien schauen müssen, brauchen trotzdem nicht auf den Genuss einer feinen Wurst zu verzichten. Cobb offeriert Ihnen jetzt nämlich verschiedene Wurstspezialitäten mit reduziertem Kaloriengehalt. Der Boulé-Leoner mit feinem Brät und magerer Boulé-Fleisch-Einlage, der würzige Kräuter-Leoner, die delikate Champignon-Wurst und der neutrale Kalbfleisch-Leoner, die haben jetzt alle ein Drittel weniger Kalorien als andere Würste. Und das Geheimnis von diesem Wurstwunder, das ist ganz einfach, viel mehr mageres Fleisch und weniger Speck. Weniger einfach ist aber die Herstellung von diesen mageren Würsten, weil eben der Speck normalerweise für die Qualität und das Aroma eine wichtige Rolle spielt. Und es hat schon das ganze Handwerkliche können, das der Cobb-Metzger braucht, um die neue Wurstgeneration zu entwickeln. Ja, und dass dieser Wurf, also ich meine, die neuen Würste wirklich gelungen sind, davon können Sie sich am besten selber überziehen für Ihren nächsten Picknick. Zu einem besonders günstigen Preis offeriert Ihnen Cobb die strapazierfähige Reisetasche, die Sie in der Freizeit oder auch in den Ferien besonders gut brauchen können. Mit Ihrem breiten Schulterriemen lässt es sich bequem tragen. Und in den zahlreichen Fächern hat es unglaublich viel Platz. Zum Beispiel alles, was man auch in den Ferien so jeden Tag braucht. Wichtig ist natürlich das Sherpa-Tensing als schützende Standardmilch und als kühlende Apre-Lotion. Heropic Electro, der einen sicher und grüßlos von Mücken und anderen Insekten verschont. Big, der praktische Einwegrasierer, der sogar die empfindliche Haut perfekt rasiert. Back Original, der beliebte Teo-Stick für sympathische Frische. Blendax Anti-Plug, Schäl mit zahnstärkendem Kalzium und Fluorid. Und Rich, die Zahnbürste, die beim Zähnputzen auch die verstecktesten Stellen erreicht. Und jetzt gebe ich über eine in die Studioküche zum Co-op-Rezept dieser Woche. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man aus Melonen eine richtige Sonntagskonfitüre macht. Die Melonen in Schnitt schneiden, die Kernen entfernen, das Fruchtfleisch rausnehmen und in Würfeln oder feine Scheiben schneiden. Eine Zitrone nachbrafeln, auspressen und alles zusammen mit Gelierzucker oder Zucker und Konfit-Weit. Und wenn Sie Lust haben, mit einem Vanillstängel gemäss Anleitung auf der Zuckerpackung kochen. Zum Schluss kann man die Melonen-Konfit mit ein bisschen Scheri verfeinern. In die vorgewärmten Gläser abfüllen und dann sofort verschliessen. Das Rezept für die besonders feine Melonen-Konfit finden Sie in der Co-op-Zeitung dieser Woche und morgen den ganzen Tag im Teletext-Zeit 270. Probieren Sie es einmal. Soviel für heute aus dem Co-op-Mittwoch-Studio. Achten Sie aber noch auf die Sonderangebote. Das sind alles Sachen, die Sie gut brauchen können. Zum Anfangen die aktuelle Preisschlager. In allen Co-op-Warenhäusern gibt es diverse Haushaltartikel zu besonders günstigen Preisen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Co-op Filterfertig malen Co-op Café Wac. 500 Gramm Jubilor statt 9,40 für 8,40. 250 Gramm Bonsoir statt 4,80 für 4,30. Zwei Dosen Ton Gläer in Öl statt 4,40 nur 3,40. Französische Weichhäs Caprice de Dieu statt 4,40 für 3,50. Zwei Dosen Katzenarie Cheba statt 2,30 nur 1,90. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag eine Flasche Pepsi Cola statt 1 Franken nur 75 Kappen. Bananen per Kilo nur 2,10. Auf Wiedersehen!